Herzlich Willkommen zur heutigen Sportschau! Kleiner Location Wechsel und leider ist der Steini heute nicht dabei, aber das heißt wir werden trotzdem Vollgas geben am Strand oder auch zu Hause. Also für zu Hause geht's. Und wir fangen an mit Squats to Knees. 20 Wiederholungen, das heißt Squat, Elbow, Squat, Elbow, Squat, Elbow. Fünf. Und ein letzter. Sehr gut. Wir lockern uns ein bisschen mit kleinen Wechselstrüngen. Auf der Stelle Arme schön mitnehmen. 30 Stück an der Zahl. Aber noch von der Seite. Sehr gut. Nächste Übung. Pro Seite 15 Wiederholungen und zwar seitlicher Ausfallstand. Hände in die Hüfte. Zurück zur Mitte. Darauf achten, dass das Knie nicht nach vorne wegschießt. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und der letzte. Sehr gut. Das Gleiche wollen wir natürlich auch mit der anderen Seite machen. Nach links. Drei. Drei. Zwei. und der letzte. Sehr gut. Als nächstes machen wir ein paar Wechselsprünge. Darauf achten, dass man nicht zur Seite wegknickt. Die Arme ruhig immer mitnehmen bei jedem Sprung. Aus der Geraden. Zack. Zack. 10. Davon machen wir allerdings 20. Auch mal zur Seite. Gar nicht ohne. Wir gehen direkt weiter rein in die Oberschenkeln. Fangen an mit Squatjumps. Auch 20 Stück. Und wie beim Skispringen. Runter gehen Arme mit. Nach oben weg. 10. Auch hier die Seite. Letzte Übung für heute. Ein kleiner Frog Squat. Handflächen aneinander. Füße ein bisschen breiter. Ellenbogen von innen an die Knie. Jetzt so tief es geht runter. Und nur den Popo nach oben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Hier machen wir 15. Aber die letzten 7 auch noch mal von der Seite. Handflächen aneinander. In die Knie. Und jetzt. Hoch. Noch fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr gut. Und wem jetzt nicht die Beine brennen, der schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, die Sportshow am Strand. Und wir sehen uns demnächst. Tschau.